25 Kilo und die Erika macht Salat Ich muss erst noch meine Tabletten nehmen Das ist gut Das ist einlöser Ich habe es noch mal Es ist schön Das sind die Russen, die sich um mich gekümmert haben. Er ist mit ihr Name. Zwova. Rita. Rita. Und der Mann da neben dir? Wie heißt er? Ach, der heißt, wie heißt du? Der Hennner. Genau, der Hennner. Komm mal zu dir. Das ist der Hennner. Hennner hinten. Hennner. Und das ist der andere Heinz, der Betscher Heinz, mein Generalsekretär. Und das ist die Nett. Nettli. Und da haben wir nochmal den Peter. Da haben wir den Oberfasper aus Bremen. Sie. Okay, Sie. Und wir haben den Winter. So, jetzt wäre der Rudi. Und die beiden Mädchen sind noch in der Küche. Der Samenstreuer. Der Samenstreuer. Und hier nochmal den Winter. Salat. Und hier. Hallo Freunde, das ist der Drahu Abend in Kosahoy 2019 im Marz mit all meinen guten Freunden, die sehr, sehr zufrieden haben. In diesem Sinne, Samanitab. Ladies and Gentlemen, the sensational, the wonderful Waffles made by Hilde for you. Die Hilde macht den Waffeltanz, Waffeltanz, Waffeltanz und auch der Franz und auch der Hans kann den Waffeltanz. Die beiden lieben, die sich um das Süße und um das Sauber. Wir dürfen uns vorstellen, wir sind die beiden Zauberer aus Germany. Und wir stellen uns jetzt im Rahmen der Wurst, Bratwurst und Kartoffeln. Also wir führen euch jetzt zwei, drei Zauberstücke vor. Dazu brauchen wir natürlich einen Zauberstab. Dann habe ich hier eine Münze, die gebe ich jetzt in meine rechte Hand. Und jetzt schaut ihr einfach mal hier drauf und die Münze. Dann seht ihr das? Das ist der Rauch nicht. Nein. Du siehst den Rauch nicht. Du siehst den Rauch. Günther! Samenstreuer! Oh ja. Nur noch hellfertig. Nein. Dann machen wir was anderes, was Neues. Da habe ich hier ein Klassiker, der das mal untersucht. In der Klassikuntersuchung. Du bist sehr skeptisch. Natürlich überhaupt. Ist kein doppelter Boden. Vielleicht nimmst du mal noch da hinten hin. Doppelter Boden. Was ist denn? Du hast gesagt. So, jetzt pass auf. Meine Hände. Seht ihr? Alles lebt. Alles ohne doppelten Boden. Jetzt machen wir hier eine Faust und machen ein Loch da rein. Dann legen wir dieses Tuch da oben drüber. Ganz so, dass es gesehen wird. So. Nun kommt der Trick. Wir machen das alles rein. Du hältst dann das Maul, wenn du den Trick kennst. Alles hier rein. Ihr seht. Kein doppelter Boden. Warten wir noch einmal. Ganz kurz. Okay. Also kein doppelter Boden. Dann machen wir abracadabra. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Okay. Und dann versuch, dieses Teil steif zu machen. Der steif verstehst du fast. Also. Mach mal da ein bisschen Zauber. Abracadabra. 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 Dreimal schwarzer Kater. Und D. Nein, nein. Geht nicht. Geht nicht. Jetzt nochmals. Dreimal schwarzer Kater. Und. D. Ah. Nochmal. Viagra. 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 D. Viagra. Drei. 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 Ja, du wirst dich jetzt angezündet. Hilde, ich nehme jetzt von dir, du machst Feuer. Das geht ins eine Uhr rein und aus dem anderen raus. Und dann machen wir das bei ihm rein. So, in Po, in Po. So, hier. Hier. Also, haben wir hier eins. Und das geht hier raus. Und da rein. Und dahin. Dann kommt noch mal eins. Jetzt haben wir zwei. So, jetzt kommt jetzt eins aus. Ja, jetzt haben wir hier noch mal eins. Hier rein. Vielen Dank. Hier rein. Hier raus. Und dann mach ich noch mal an. Ja, ich mache dich jetzt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, hier rein, hier raus. Und dann ist das schon so, ich glaube, ich habe hier noch mal an. Dann machen wir das da hin. Fertig, vielen Dank. Okay, wir bekommen uns den Film für uns weiter. Auf Wiederlurken. Soviel vergessen wir einfach ein Drücken. Wenn du assistieren möchtest, bitte zerreißen wir das. Ganz klein. Nicht klein? Ganz klein, so klein wie es geht. Herr Rudiger, der ist hohe Überraschung. Ich habe gedacht, es sei alles von dem. Ja, damit verdient er ja in Deutschland sein Geld. So, also diese Schnitzel, die nehmen wir dann in den Mund. Na? Pass auf, die neuen Zähne. Oh ja. So weh. Oh ja. Ich glaube... Ah! Zehnt die Zähne! Zehnt die Zähne! Das hab ich mir heute extra einbaut!